Ich habe hier nochmal, äh, selbst auch nochmal, äh, den Twitch, äh, Dinge, da, dass ich sehen kann, was abgeht und was nicht. Hier ist noch eine Kameraperspektive, die wird nachher nochmal spannend, wenn ich, äh, wenn ich halt das Gehäuse fertig mache. Und natürlich werde ich mir die ganze Zeit so miteinander auch reden. Ich weiß nicht, wie oft ich halt im Bild sein kann. Das ist halt der Blöde, ich sehe auch keine, wie viele Zuschauer wir haben aktuell. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus, ich kenne mich ja. Aber, wir bauen jetzt gleich mal die PC zusammen. Mein Mikrofon ist sehr weit weg, deswegen tue ich schon ein bisschen lauter auch Rede. Kann auch sein, dass ich mal huste, deswegen wundert euch nicht. Hab ein bisschen Erkältung, eigentlich ist das das Blödeste, was ich mache. Streaming, aber egal. Aber, wisst ihr, wir fangen mal an. Ich hab Bock. Ich hab Bock, den PC innerhalb drei Stunden fertig zu machen. Am Endeffekt muss ich noch die Grafikkarte und die Festplatte ausbauen. Dafür habe ich Hilfe geholt, äh, den Andreas. Weil, der macht dann die Kamera. Das heißt, wir zwischen nachher über mein Handy. Freut euch, die Qualität ist da doch schlechter wie alles andere. Aber, wir fangen mal gleich an. Oder ernsthaft? Jetzt. Handy muss ich laden die ganze Zeit, muss ich mir merken. Aber erstens mal noch die Kommentare. Danke für die gute Besserung, aber, naja, ich arbeite ja gern. Danke. Grüße gehen raus. Ja, ich freue mich auch schon. Ihr seht ja schon so ein Teil, wie zum Beispiel der AMD Prozessor. Der AMD Y-C9, 3900X. Wer war das? X, ja, X. Mit, äh, ungefähr, so, wird angegeben in 3,8, 4,6 Gigahertz. Wird natürlich am Endeffekt, äh, so, um, so sein, wie der PC hat man möchte. Das heißt, Hoffnung, schlipsel jetzt. Hoffnung, schlipsel jetzt. Dann, verbaue ich ein Asus, äh, Prime B450M Slash A-Bord mit Asus Aura Sync, natürlich. Dass ich am Endeffekt den ganzen PC steuern kann, auch mit meinen RGBs. Und dann, natürlich, was wir auch noch zuerst verbauen, das, äh, ja, RGB-RAM. Wow. Wird ein RGB-PC. Wow, wer hat, äh, wer hätte sich das gewundert? Niemand, oder? Ihr schreibt mir zu viel. Äh, keine Ahnung. Ich hab hier drinnen auch noch, äh, was ja auch immer in Lieferumfang ist, so SATA-Kabel, aber die brauchen wir kaum. Die ist mal im anderen Rechner, was ich hab, oder baue werde, weil mein alter PC, da wo aktuell der Stream läuft auch, der wird natürlich verkauft an jemand anderes, für ein bisschen weniger Geld. Das heißt, der Streaming-PC, schlechthin wird verkauft, und ja. So, ich kann nicht immer im Chat achten, deswegen nicht wundern, dass er, du bist, unser King, bitte, nach MC. Äh, nee. Jetzt nicht. Äh. So, jetzt mal baut. Ja, wir fangen mal an. Darauf hab ich die ganze Woche gewartet. So weird. Anfang der Woche hab ich, äh, sobald alle Teile gekriegt, ab Dienstag zugesehen, und deswegen freu ich mich umso mehr, dass ich ab jetzt alles verbauen kann. Yay. Das ist der AMD-Prozessor. Zeig ich euch noch mal so. Der ist cool. Der Aufkleber tue ich mir selbst natürlich irgendwo mal ran machen, mal gucken. Das ist meine Entscheidung. Hi, Leute. Hi, ich muss iis. Na ja, Monitor halt. Tue ich dem ran machen. Man weiß nicht, was ich verbaut hab. Immer schön zu sehen, was man verbaut hat und was nicht. Oder was man mal gebaut hat. Ich will hoch machen. Schon bra. Äh, das ist sehr falsch. Das ging schnell. Aber das soll ja auch schnell gehen. Ich brauch... Da brauch ich... A1 und B1. Brauch ich. Äh, Rindschnecke. Wie viele Leute sind hier überhaupt hier? Cool. Hi. Das brauchen wir ganz später. Werbeleitkaste auch ganz später. Der ist fertig. Der Mainboard dann auch, der ist soweit durch. Fällig, äh, vorprogrammiert oder vor, äh, gebaut. Und, yay. Deswegen kommt der jetzt nach hinten. Jetzt kommen wir schon zum Mainboard. Leute, facking zu schnell. Naja, ich freu mich. Ich hab nicht so lange zum streamen. Hab einen geilen PC. Und, ja. Nicht so viel, wie man denkt. Soll ich. Nicht so viel, wie man denkt. Ich nenne keine Namen, weil ich das, äh, noch online stellen werde, in ein, äh, ja. Auf meinem Fitkanal. Deswegen nenne ich jetzt keinen Namen. Nicht wundern. Ich hab mir extra Adapter geholt, weil ich ganz genau weiß, dass ich noch mehr brauch. Wir werden jetzt, äh, hier das verbauen. Erstmal, äh, die Wasserkühlung. Mit allem drum und dran. Weil ich weiß, dass ich das am längsten brauch. Weiß ich einfach. Hundesäge. Wasserkühlung erstmal verbauen. Oder Luftwasserkühlung, nenn ich das. So, das noch da. Nächste Tüte öffnen. Immer schön brauchst du zu viel. Ein kleiner Typ an euch. Das kommt irgendwann durcheinander. Wenn ihr selbst mal so ein krassen PC zusammenbaut. Das brauche ich, am Endeffekt. Habe ich schon mal ausgepackt. Habe ich mal geguckt, was, äh, was oder wie der verbaut wird. Oder wie der verbaut werden kann, am Endeffekt. Ja. Und... Wenn Leute im Chat kommen und man Hi sagen muss, Hi. So, schön brauchst du zu machen. Nein. Nein. Oder? Nein. Das geht erst die ganze Zeit, oder? Wenn ich nicht zwei Endes verwende. So, noch nicht. Ha! Ausgedrext. Den kennt ihr ja schon bereits. Den auch. Äh. Und hin. Aua. Aui. Aui. Alter, das Netz. Alter, Nerf. Nerf. Ja, schon, äh, zwei, drei PC's habe ich schon zusammengebaut. Auch, äh, in dem Laden, wo ich arbeite, da baue ich ständig PC's zusammen. Erstmal das Öffnen. Wie nochmal. Bei mir. Sag ich nicht. Will ich auch nicht sagen. A-Sachen bleiben geheim. Wo ich arbeite, zum Beispiel. Wo ich wohne. Was ich mach als Arbeit. Was ich nicht mach als Arbeit. So, das bleibt geheim. Leibst du mich. Und meine, äh, Leute. Die mich sowieso kenne. So, gehäuse mal. Vorne schon mal. Vorne. Nicht wundern, wenn das immer wackelt. Aua. Gramm. Gramm. Nicht bei, äh, in die Hände. Cool. Lödes Gehäuse. Üblich. Lödes Gehäuse. Allah. Riech nie auf. Morgen nicht. Wenn du auch morgen fragst. Hat ja mal Gründe. Ganz leicht gesagt, äh, zu Feuer. Den Eintritt. Und dann weiß man auch nicht, was, ob es, ähm, Morgen reingehen darf. Zum Beispiel. Okay. Der ist auf. Ha! 1 zu 0 für mich. Ich hab das Gehäuse. Hier vorne müssen wir abmachen. Weil, äh, die Wasserkühlung kommt nach vorne. Frag einfach nicht. Wenn es zu groß ist. So. Wenn es zu groß ist. Hm. Jeder kennt das. Jeder mag das. Ich hab das. So vieles. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab das. ok die mache ich meistens kaputt so wie auch nicht marcel hat keine schraube ziehen ja marcel hat keine schraube ziehen erst mal hier unten minus eh 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 ich will kein gutes Ende geben es kann ja gut sein dass er jetzt mich nicht sieht ja mal unten unten auch festgeschrieben geschraubt mhm man kennt's schraube kommt zu mir schraube kommt zu mir schraube kommt zu mir und schraube kommt zu mir ja es ist gleich schon raus mhm ja mhm ja ja mhm mhm ja mhm Achso, ich mach mal ne, bei dienen, extra für Goodies, haha für mich, haha, so umdrehen und schrauben, lösen, umdrehen und schrauben, umdrehen und schrauben. Erstes Lüfterchen, zweites Lüfterchen, gleich ab. Wie ist das denn immer so fest, kann das mir mal jemand erklären? Nein, ok. Und letztes Lüfterchen. Und dann heißt das Wasserkühler montieren. Juhu. Letzte Schraube. Für erstmal. Alle Schrauben gelöst. Merkt man. Nein, nein, häng doch nicht fest. Tata. 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 Ah komm, hier auch noch weg. Aufmachen. Tschüss. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Auch ich am Endeffekt. Ha. Zweite kann mich nicht entdecken. Na komm, die lasse ich. Und jetzt heißt es anfangen. Das soll ich nach oben legen. Das soll ich nach oben legen. Weil ich Hustle-Kabels. Das Mainboard mal ganz kurz zu stellen. Oder innen legen. Ja. Wir hätten doch noch was. Also stopp mal. Die nächste vier Schrauben. Juhu. Die letzte zwei Schrauben erstmal. Hoffentlich. Ich muss ja... Okay. Könnt ihr euch mal merken? Wasserkühler noch äh... Ummutieren. In AMD. Danke. Könnt ihr euch mal merken? Ihr merkt ja, wann es rankommt. So. Und dann... Da noch einen Lüfter. Da und da. Juhu. Dann kann ich nach oben. Dass es so im Endeffekt wird. Ja. Das wäre jetzt so. Nee. Kann ich jetzt so? Hoffentlich kann ich das so. Hust. Mh. So kann ich das nicht. Nee. Ich muss das wenn so machen. Dann kann ich das nämlich von oben hin weg ziehen. Und dann hab ich Ruhe. Kann ich das oder kann ich es? Nicht. Aber nur wenn ich es. Fick es. Nein, tschüss. Das brauche ich. Die anderen Sachen nicht. Das AM4. Oder AM. AT4. Soweit ich das bessere. Das ist das bessere AMD. Produkt äh. Oder das stärkste. Und das ist das für mein Mainboard. Und das ist das für mein Mainboard. Nur sicher so. Ich glaub mal schon. Ist das sehr besser. Das ist ja auch wirklich. Aber das ist das kwestisch. So, wie rum, so rum, passt, das heißt bei der anderen Seite so rum, passt, ich muss das ja dann so rum reinmachen, ja, okay, so rum, da kann ich das auch platzieren, darf ich es, ja, die mache ich noch mal ab, um das hier drauf zu machen, um Schutz einfach zu haben, das ist weg, mein Rückgang ist sehr stört, jetzt brauche ich gerade die Bedienungsanleitung, um mal gerade zu schauen, die habe ich in dem anderen Weg, ja, ja, das brauche ich ganz zum Schluss, ja, so kann man das machen, ja, 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 das machen, aber muss man nicht, wohl so mache ich es, aber, ne, 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 die dann nach vorne, die dann nach oben, und der schwarz halt noch an der Seite, jo, die Aufhänger ist sehr klar, und dann halt so einrasteln, okay, ja, ja, Fan, das habe ich verstanden, will ich andy, Fan, niemand hat eine Frage, ist es auch schon ruhig, Wow Wow Das heißt Leads Oder was du erst Oder was kann man machen Oder was soll man machen Wenn es hat Erst eine Tütschen holen und ausmachen Wow Wow Wie ist das da irgendwann mal aus? Ich glaub mal nicht Ich glaub mal nicht Dafür drehe ich mich einfach zu bloß Dafür drehe ich mich einfach zu bloß Ja im Endeffekt Nein Doch Nein Doch Ich mach mal ein bisschen anders Pannier Pfeil Ja Ja Ich wehr Luft an Mich hineinsaugen Ja gut Ich muss es so machen Ja 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 So perfekt hinstellen Ha Ich muss die andere Präsende Ja moin Schwierig Haben die auch feine Ja Trotzdem so herum dann Ja 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 Ich hab's schon angefangen schon angefangen. Ich bin aber noch nicht so weit wie man denkt. Das heißt ihr habt nichts verpasst. Wow, der eine ist fest, der andere, naja. Einigermaßen fest. Einigermaßen. Weil ich das Kabel zusammenführen möchte so ein bisschen drauf. Im Endeffekt muss ich das erst mal aufmachen. Wow. Ja, Mama, ich hab schon angefangen. Das Kabel. Okay, da muss ich auskommen mit denen, die ich hab. Okay. Kannst ruhig aber auch die weißen noch hochholen, wenn du willst. Ein Kabel rein, ein zweites Kabel rein. Holen. Aber ein schön verkaufen möchte. Mhm. Schluss. Ich finde das noch nicht. Ich finde das noch nicht. Den habe ich gleich versimmelt. Ecke ist versimmelt. Jetzt kann ich noch die Höhe noch ein bisschen einstellen. mit dem unteren. Okay, ich kann noch keine drei Lüfter nach vorne. Ist egal. Weil, dann kann ich vollkommen RGB machen. Ja, Andy muss sowieso gleich, äh, nach oben kommen, wenn ich, äh, äh, fennig mache mit dem Zusammenbau. So, kannst du den Adress jetzt schon mal schicken. Sag ihm aber bitte Bescheid, dass ich, äh, Livestreame. Danke. So, die Kabel ist jetzt da rein. Schrauben. Nein. Schrauben. Nee. Ich muss ein Loch finden. Wo ist denn Scheiße? Schraubenzieher. Kleiner Tipp an dich. Äh, Schraubenzieher. Kann Andreas mal so ein Dicken nach oben bringen. Jo, perfekt. Verschraubt. Nein. Nein. Du bleibst drinnen, du Idiotenschraubenzieher. Geht das weg? Nein. Geht das nicht. Ähm, das ist zu wenig. Typisch. Dich. Ehm. In die kommen sie schön. Sag mal alle guten Tags, im Shit. Jetzt schon. Andy! Ich hab dich bereits schon gehört. So, jetzt kommen wir oben erst noch. Wow, mein Chat hat sich bei dem einen schon mal aufgehangen. Cool. So, der kommt hinten auch. Wohl, von wo kommt die Luft? Perfekte Luft. Wohl. Kommt, die beiden machen wir nochmal nach hinten. Mit Väter. Mit Väter. So, die Dicke muss ich noch ein bisschen weg machen, zwei Schrauben brauche ich erst mal. Nein, falsch, richtig. Ich liebe die Dicke. Andy ist immer noch nicht da. Ich brauche drei Jahre, jetzt haben wir das Fuß. Ich brauche die Dicke. Ich brauche die Dicke. Mit Gewalt kann ich alles. Ich brauche die Dicke. Ich brauche die Dicke. Ich brauche die Dicke. Ah, jetzt kommt der. Ich brauche die Dicke. Ich brauche die Dicke. Ich brauche die Dicke. Andy! Hier hin! Alter, ich bin so nassgeschwitzt. Andy, kannst du mir meinen Ventilator noch nach oben bringen? Danke! Ich bin einfach ammer. Wow, wie kriege ich hier aus? Ist es so unnötig? Es ist warm hier im Zimmer. Ist der David überhaupt? Ich sage mal... Shit! Hilfe! Geh weg! Geh weg! Schulz! Hi, sag mal guten Tag Zuschauer. Vorsicht, kann man machen. Da! Kannst du da schauen. Wie soll ich es holen? Nein! Du musst gleich meine Handykamera verwenden. Dann wechseln wir den Livestream auf mein Handy. Ja, Handy! Setz dich noch hin. Dauert noch ein bisschen. Alle Teile sind hier noch mit drinnen. Kannst du auch Türen zu machen am Tag? Nee. Wenn du irgendwas hörst, musikmäßig, was du erzählst, komm voran. Das ist auch zu sehen. Handy? Ja? Du hast es deswegen Bescheid gesagt. Ich hab's dir jetzt Bescheid gesagt. David, online? Weiß ich nicht. Die sind fest. Die sind fest. Nächster. Nächster und Letzter. Erstmal. Innen... Innen... Außen. Innen... Kamineffekt. Innen, innen, außen. Innen, innen, außen. Anders, innen, 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 aus. Ja, mein Bruder ist auch ein bisschen erkältet. Ein bisschen, stimmt's? Wenn zwei Hackmänner erkältet sind. Keine gute Idee! Nein! Ja, ich versuche das zu ein bisschen den Lilozy sein Mhm. Ich bin so ein Lilozy. Ich bin so ein Lilozy, ich bin so ein Lilozy. Ich bin so ein Lilozy. Sieben Stimmen habe ich das Fenster schon, ja, verbracht. Okay. Weißt du, ich habe, dass du es auch weißt, ich habe 200 Leute, die mir ständig meine Storys gucken. Cool, oder? Ja. So gut. Und zwei Leute, die im Chat sind. Kannst du dann besser auf den Chat achten? Probe auf den großen Monitor. Nein, es ist zu weit weg. Run away. Nein, Mama, man soll ein bisschen von Chat sehen. Na, naja, außer bei Schraubern. Bei Schraubern gibt es immer, jo. Oder bei PC Schraubern, man kann so fest Schrauben wie man will. Nein, meine Schrauber ist viel. Hey Ernest, ich habe noch ein Lüfter übrig. Ich. Ich durfte eigentlich anfangen mit dem besten Arbeiten. nicht. Ey, weißt du, dass Pizza mit live ist? Nein. 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 Na, jetzt nehmen wir Schrauber. Boots. Ja, das ist ja. Die Schraube war schön eingesammelt. Ja. Ja. Aui. So. Jetzt heißt das Mainboard. Jetzt heißt das Mainboard. Jetzt heißt das Graus. Jetzt heißt das Graus. Ja. 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 So. Wo ist die Blende? Kleiner Tipp erneut bei der Blende. Alle die ich am PC zusammen bau. Immer die erste Regel bedeutet Audio nach unten. Keine Ahnung wofür. Hat sich mal irgendwann jemand ausgedacht. Aber. Audio nach unten. Das wäre lustig gewesen, wenn ich das jetzt verkacken hätte. Schiss? Danny? Was? Es wäre lustig geworden, wenn ich das jetzt verkacken hätte. Mit dem Audio nach unten. Ja. 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 Die nächste Person, die nach oben kommt. Das ist so schön hier. Das war eigentlich nicht meins. Oh Andy. Es ist zu nett. Das war gleich. Ja. Das ist so nett. 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 Das ist so nett für mich. Das ist so nett. Das ist hier bei mir. Das ist besser. Das war einmal Super助 característische eurem Wissen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Ich habe mir extra gesagt, komm zu Warnabend, macht ihr? Ja, nee Ich bad boy Okay, so an der Hand hält ich auch gerne Okay 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 Ich hasse Schraube. 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 mit dem Nein! Tschüss! Tschüss, Eure Verreckter Verreckter Aua Aua Tschüss, Handy Jetzt wird spannend Und Eure 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 Wie? Wie du Scheiße? Wie? Und so hoch. Und so hoch. Und so hoch. Und so hoch. Ja. 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 So, mirad, Moncillas. Ja. Ja. Eddy. Ja. Wenn du dich benimmst, darfst du am Ende vorne den Deckel abmachen. Klebeschreife. Ja. Wenn du dich benimmst. Okay. Oh, schöne Challenge. Für hier. Ein Zuschauer cool. Ja. 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 Also unten. Okay. Ab jetzt kommt das spannende Teil. Weißt du das? Ja. Ab jetzt kommt das spannende Teil. Ja. 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 Okay. Wow. Mein Mainboard hat nur 3.0. Ja. 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 Jetzt kommst du zum Todesurteil für mich. Ja. 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 Und was sagst du, wird es am Endeffekt blinken? Nichts zu sagen. 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 Okay. 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 Das war's. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Kaum Kabelst. So wie ich jetzt habe. Und dann heißt es, erste Runde Verkabelung. Oder erste Runde Aufräumtung für Kabel. Cool, oder? Ja. 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 Vielen Dank. Wie geht's gut? Mir geht's gut. Nur, dass ich geschwitzt bin. Sonst geht's mir gut. Und dass mein Bruder hier ist. Hi. Hoffentlich hat man den, der ist peinlich. Ja, muss hat du sein. Ja, mir klar, der hat Feuer. Durch Aussagen kann sie reinstecken. Oh, mein Gott. Sind ja nur zwei Schrauben im Netzteil. Ich hätte doch niemand. Komm runter. Scheiße. Uh. Stromanschluss. So, hi. FameBot. Das dauert. Ja. Ja. Verpiss dich. Weißt du, du nervst. Wahnsinn, der ist raus. Was? Dass du runtergehen kannst? Mann, nein. Das dauert. Der Mond ist auch am einen Tag gebaut worden. Boah, schwecken, Mama. Die Erde ist auch am einen Tag gebaut worden. Nein. Andreas. Boah, schwecken, Mama. Boah, schwecken, Mama. Boah, schwecken. Boah, schwecken. Ich bin ein Tag. Ich bin ein Tag. Ich bin ein Tag. gerade konzentrieren und danach bin ich wieder da bei euch pc bau ist anstrengend bis jetzt ja oi man der andere hier in den ofen und drinnen ja schön sauber sieht man noch nichts habt ihr vorne gut 1,5 Stunden sag und schatz zu Kabel in der Scheiße rein hä in der Scheiße rein Vielen Dank. Anfallen. Annie! Oh, she don't like nine. Okay. 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 Das war ein Handy. Das! Ich kann eigentlich sagen, ich bin bald fertig. Ich bin bald fertig. Ich bin bald fertig. Das heißt, wir werden jetzt mal wechseln. Bis gleich. Dann gibt es nur noch eine Handyqualität. wir bauen die festplatten da aus und dann bauen wir die in den anderen gehäuse ein meine guten festplatten erste speichermedien zweite speichermedien und die festplatten müssen wir auch von aufer aus holen sind wir live ich habe kein kontrollbildschirm aktuell kann ja noch mehr werden ich habe schon mal gekauft ob es klappt mit allen drinnen gerade andreas kann es ja immer gerade wenn er will an machen ganz kurz ja ein lange gedrückt heute muss hinter den paar knochen anmachen kann gut sein dass es dunkel wird habe ich schon wirklich ausgelassen ok da hat genügend Strom gekriegt oben musst du es anmachen oben am hauptschirm ganz schön mal das innere zeige und wieder auch wieder ausmalen danke jetzt zeig noch mal auf mich was ist das denn für ein gehäuse ein rgb gehäuse hast du das gepackt gehört habe ich die zuschauer gepackt ich versetzt leid oder oder woher woher ja sache komm raus wie viel zuschauer null Der Lifter ist ja für zwei interessant. Ja, nur für zwei. Das ist blöd gewesen für mich. Doch, ein Zuschauerhaal haben wir. Mann. Ja, Stream Element is now live. Streaming, just chatting, PC Bau. Mein Gott. Kessel, wenn du ein Wasserkabel nicht rauskriegst. Dein Handy überhitzt dich. Geil, oder? Überleg mal, wofür ich es dir gegeben habe. Hi. Ruhig, Schraubendbier. Warte, keine fünf Minuten. Schraubendbier. Warte, keine fünf Minuten. Schraubendbier. Warte, keine fünf Minuten. Schraubendbier. Schraubendbier. Warte, keine fünf Minuten. Ich hatte einen, der frange die Hand. Schraubendbier. Schraubendbier. Oh, das ist nicht fertig. Ja, ich habe noch keine andere Grafiker. Ja, wo hin? Ja, moin. Irgendwo hin. Oh, jetzt mal zu. Oh, das ist nicht fertig. Oh, du Armer. Nee, nee. Jedes Mal die scheiße Grafikkarte. Komm her, du Idiot. Komm ich ein neues zu Hause. Wie oft werde ich noch den Schraubenzieher irgendwo hinlegen und weiß nicht wo der Schraubenzieher ist. Ohne das gibt es kein Bild heute. Und wisst ihr, das dauert nicht mehr lange und dann können wir es komplett starten. Deswegen bleibt dran, ich beeil mich. An der ist wieder auf ins Bett. Stimmts? Ja, schon. Ergo, Verletzungen gibt es heute nichts. Durchziehen. Das was ich will jetzt auch mal. Heller zurück ins Söderisch. Marcel, tot. Marcel, zwangt sich her, tot. Durch seinen eigenen Bruder. Moin Meister. Moin. Sandro. 9,77. Wo ist ein Schraubenzieher? Bleib dran. Jetzt sehen wir doch noch einmal. Vorbereitungen laufen. Oder nochmal angemacht. So rum. Lass mich mal durch. Hab Schrauben da. Leute, wenn ihr wisst, wo überall meine Schrauben gerade liegen. Auf dem Boden liegen Schrauben. Kannst du mal zeigen. Dort. Dann liegen hier auf meinem Tisch liegen Schrauben. Halt auf meinem Arbeitstisch. Kannst zeigen. Überall liegen Schrauben. Und los. Soll ich mal anfangen? Nein. Okay. Mach ganz ans Ende. Aua. 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 Tüte. Wo ist die Schraube? Kack andere Tüte. Hast du die andere Tüte mal gesehen? Nein. Aua. 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 Ich will doch fertig bauen. Hab ich hier vielleicht noch untergelegt? Aua. 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 Wo сказать mal匝ack. Andärm. Gestoppen. Mann du brauchst auch ein neues Handy ne. Wofür? Dann mach das eh scheiße. Neiriinen. Honey sag das doch nicht! Quatsch. Wie findet ihr das Lüfterdesign von meinen Lüftern? Gut getroffen? Erzählt mal. Wie viele Leute? Einen. Ein Wort. Na, wie geht's dir? Alleine. Ich liebe es nachher aufzuräumen. Glaubst du mir das? Mhm. Kennst du das, wenn du festste Wünsche raus bist? Bist du tot? Ja. Du musst dich um mich hinsetzen, oder? Ja. Jetzt noch ein Pennen und dann hast du ihn. Ja. Ja. Zwei zu. Okay. Letzten. Wer denn, dass ich die falsche Raum platziert habe? Wer denn, dass ich die falsche Raum platziert habe? Ja, ich bin der Koma. Ich bin der Koma. Ich bin der Koma. Ich bin der Koma. 5% Akku Mach bitte keinen Scheiß, du sollst mich filmen Eben war es nach 100 Handy ist schwarz Ich kann es in den Schrott breffen Was ist schlauer, nächstes Monat Grafikkarte zu gönnen? Die neue? Oder? Oder Handy zuerst noch Handy Wieso? Und nicht? Ein Handy kann ich immer noch machen Jeden Monat gibt es neue Handys Aber? Grafikkarte? Ah ja Ja Nächsten Monat kommt sowas Aktuell neue Handy Falsch Nein Bald kommt Google Pixel Ok, 20er Serie von Samsung Alle Jahr Ja War dieses Jahr rausgekommen November Ja Und letztes Jahr war das 10er Merkst du was? Danach ist Danach ist Davor ist aber Google zum Beispiel dann und warte Guck mal auf der Liste Filmst du gut? Ja Ja Und die Kamera ist auch schade Ja Ja Es ist halt ein einfaches Handy Verzweiter ist echt so Weniger Ja Das ist doch von der Mutter Wann erwachtest du? Mein Bild kann es rein mit meinem Handy bessere Aufnahmen als mit deins Was willst du erwarten von meinem Handy? Ist gut das Ist gut das Hey nur noch Tachschraube Ja das regnet mir schon Keine Ahnung Steht da drauf oder? Nein Hast du dich nicht da drauf? Ja Hier drauf hast du Ich seh mit Jeden Tag Nicht Nimmst mich nicht alleine Komm her Bitte Cam Jetzt kommen die zu Einsatz Die sind deutlich einfacher Ich weiß wofür Warum? Hier Tschüss Tschüss Die muss ich nur so einklacken Dögen Glocken Dögen Và Dögen 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 Jett Dögen Dann erwarten wir noch jemanden mit dem neuen WC, vielleicht, mal gucken. Soll ich? Nein. Kannst du auch eine vernünftige Antwort geben? Nein, Engi. Warum? Weil da noch Strom fehlt da drauf. Warum? Und Sackle-Kabel. Und Deckels. Deckel oder Deckels? Ja. Was ist die Einzahl und was ist die Mehrzahl? Deckel, Deckels. Ja. Warum hier Deutsch bei Andy? Nehmen wir bei euch. Oh man. Das endet nicht gut. Aufsatz, Nebensatz. Wo ist die Scheiß? Wo ist die Scheiß? Und wer ist die Scheiß? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, es nicht gut. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. Einmal mehr schwarzen. Ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht. ja wenn wir das Glas auseinanderlegen Spaß es ist noch nicht kaputt die Schrauben sind natürlich schon schwer ja erste Schraube drin ich bin Wenn der Schraubenzieher nicht magnetisch ist, kannst du sagen, dass du dir auch zurückkommst. Komm, ich bin schnell. Nur noch zwei Schrauben, dann bin ich mit dem Schrauben gepackt durch. Dann heißt es nur noch Sata-Kabel anschließen, Monitor anschließen und go. Na ja, Sata, Monitor, go, na ja. Ja. Stopp. Hab er. Du siehst so aus, ob du ein alter Mann bist. Wir filmen gerade fast 23 Uhr und ich bin nicht müde. Ich hab gar keinen Bock. Ich bin genauso gut. Ich sehe es aber jetzt alles kalt durch. Ich gebe nicht vorher auf. Man kann einfach nichts sehen. Das Handy ist scheiße. Hey, drei Stunden hat es gedauert. Drei Stunden hab ich eingereichtert. Ich habe nicht fertig. Ist einfach so. Hab ich das nicht gehört. Ja. Man muss ja dir die Wahrheit sagen. Was? Oh, leise frontal. Hehehe. Ich beeile mich jetzt schon. Siehst du doch. Die Kabel werden meistens mal reingestutzt. Die Kabel werden meistens mal reingestutzt. Die Kabel werden meistens mal reingestutzt. Wie Uhr? 22.20 Uhr Okay Das heißt, ich habe noch gut 20 Minuten Zeit Hehehe Keine Ahnung Wenn ich um 23 Uhr fertig will werde Ich hätte gedacht Einer da schnimmeln dann mal aus Flatter Flatter SLC Jetzt kommt das Wischigste Weißt du nicht? Okay 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 drin Und letztes Natürlich Natürlich Das Letzte ist das Schwerste Jetzt alles Noch Zerkabeln Innen ist ja klar Die wollen alle verbunden werden an meinem PC Okay Dadurch kann es noch hinten ziehen Noch mal Alles irgendwie so machen dass es rein passt Was an diesem Sound Ich werde Ich werde Ich werde Habe ich starte Nein 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 Ich werde Nein 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 Ja, das sieht man ja auch. Und so glattst du nicht drinnen, ok? Reichen muss ich da. Eines mit Schraub. 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 Schäte sehr gut auf Spannung. Aber egal. Schraub. Dann passt das schon. Und wenn ich mir Grafikkarte einbauen will. Dann schau. Du kannst nicht mehr so wohnen lassen. Du musst immer wieder die PC aussehen. Hä? Du musst irgendwie die andere aussehen. Hässlich. Hey! Ach komm, du scheiß Flatter! Wann liegt er denn jetzt schon wieder? Weißt du, wie dick er ist? Die Fäden sind einfach dick. So lang. Open it. Take it. Go away. Go away. Go away. Go away. Leute, wenn es zu fett ist. Die Kabel ist. Drinnen. 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 Ich zeigte noch mal das Innere. Sagt doch, dass mein Handy erbraucht. Wie gesagt, wo hast du ein neues Handy? Nein, geht doch noch. Also jetzt mal nochmal an. Ah, warte, warte. David, ich schau dir doch. Wie war Andreas und Bistwe, wird das gerade gemacht? Und wisst ihr, wenn die Glasscheibe wirklich nicht so gut aussieht, lasse ich das aus, weil ich technisch sehen will. Was ist denn der Kabel? Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Dann lasst uns mal gerade selbstständig machen. Wie zum Beispiel hier, das brauchen wir, dass ihr auf Bild habt. Dann brauche ich noch meine Kastatur und Maus. Wetten, dass das Wartakame raus ist. Wenn ich die Wetten abschließen, jetzt geht es noch, jetzt gleich. Ja gut, und dann machen wir gleich mal an. Dann machen wir das mal hier an, gleich. Er ist unten, er ist nach unten gelaufen. Er ist fast unten, warte. Was ist denn, machen wir Licht an? Manometer. Wir haben sogar... Ah. Wieso? Mach ich mal an. Oh nein. Oh nein. Jep. Du hast dich jetzt noch nicht angemacht, oder? Ähm. Ach, komm. Viel Spaß, Herr Lärm. Ähm. Ja, sicher. Ähm. Es ist für dich. Fantastik, ey. Schöne Filter drauf machen. So. Wenn jetzt alles geklappt hat, müsste er da ein Bild kommen. Zu 10%. Hat geklappt. Ich habe noch viel. Ich habe noch viel. 1, 2, ok die SSD wird erkannt ok, alles wird erkannt ok komm, gehen gehen ganz mal ruf in der 3 jetzt Sie wird auf Sie ist wir wahr? hier das gut CPU ist alles drin, alles ist so weit drin. Okay. Komm! Komm! Komm auf die Leer-Taste. Bringt nix. Schicht? Nee. Weiß? Der checkt jetzt alle Komponenten gerade. Der ist normal bei Windows. Der checkt jetzt den ganzen PC nochmal. Sicherheit von meinem PC. Du hast gesagt, das Schleiters funktioniert ist nicht. Gibt's nicht. So richtig. Okay, warum hat das geklappt? War Glück. War Glück. War Glück. Der Moment, wenn man... Das war kein Glück, das war Skill. Kannst du auf den großen Weg gehen. Vielleicht. Nee, doch nicht. Mindestens zu dumm. Und... Und... Wow! Der PC zeigt vier Uhr an. Ohne schöne Uhrzeit. Das war mir so hochklar! Ja! Gut. Der hat keinen Laden. Wenn dir das was nicht funktioniert. Ich brauch das. Jaaa... 22. 27. Jaaa... Okay. Er kennt die CPU oder... CPU? CPU. Okay. Wurde Erkang. Wurde Erkang. Wurde Erkang. Wurde Erkang. Salvi! Nein. Spaß. Wie heißt die Firma? Wie heißt die Firma? Hallo? Das ist mir schon kaputt. Da hast du wirklich keine Ahnung. So wie die Corsair. Okay, wo... Wurde jetzt alles erkannt? Ja? Das war nicht von Corsair. Doch. Was ist eher Unterstützung? Asus unterstützt Corsair. Ähm... Wer ist die einzigste Marke, die das unterstützt? Ja... Ja... Okay... Ja... 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 Ja...